Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir werden jetzt die Maschinen wieder auffüllen. Feld Nr. 8 Drasi ist fertig. Mit Sonnenblumen. Bereiten die ganzen Gerätschaften wieder vor für die nächste Aktion. Vermutlich, wenn es sich zeitlich ausgeht, Gras. Da bringt Gras immer her zu Erdkönnen. Aber da muss ich schauen, ob das irgendwie zeitlich klappt. Ansonsten muss ja Sonnenblumen umgepflügt werden. Da kommt halt die nächste Frucht rein, die für geplant ist. Düngen war noch mal Rest fertig zu machen. Da war ein Helfer rein. Der andere Düngerstreuer war harter Probleme. Totten mal so aus. Da werden wir noch mal entsprechend eingreifen. Und zwar lassen wir hier... Kein Kurs geladen, das war mir klar. Der Helfer geht hier ungünstig. Dazu schauen wir mal, ob wir was gespeichert haben. Ich schließe jetzt mal nichts aus. Das ist Feld Nr. Müsste 49 sein oder 48? Ich glaube 49. 48, gut. Das sieht schlecht aus. Okay, dann werden wir neu laden und zwar mit einem neuen Kurs berechnen. Das waren, glaube ich, zwei Runden Vorgewende. Wir dürfen mal schauen. Ein Vorgewende ist schon fertig gemacht. Da werden wir gleich den zweiten machen. Dazu schauen wir noch mal gleich den Punkt an. Und zwar... Ich schaue mal den Gesamtplan an. Oh, was sind wir denn hier? Ach, ha je. Habe ich hier eine verkehrte Frucht angesehen? Ach, du dicke Neune. Das sieht so aus. Da müssen wir was tun. Okay, das ist nicht gut. Gerste und dann zusammen. Da werden wir gleich was machen müssen. Da haben wir eine Maschine auf Gerste eingestellt. Da verarbeiten, ne? So. Wieder nicht. Na gut, dann werden wir mal schauen, was wir hinkriegen. Das ist auch gekommen. Welche Maschine war das gewesen? So. Das wird jetzt ganz schwierig. So hat er entsprechend ausgegleichen. gleichen grunde muss man das komplett kuppern das wird lustig grunde die vierte bahn dazu noch mal gucken ja ja mal gucken keine aussaat feld 38 dazu gut dann weg die wärme jetzt mal neu berechnen zwar hoch wir machen das mit cosplay versucht jedenfalls wir sind hier vorne angefangen meines wissens durch jede bahn wir stellen auf 1 ein dass wir da Luft kriegen so das heißt und zwar vier fahrzeuge vorgewendet war keiner doch eine und dann war es die vierte zweite rechts oder so so mal schauen genau wegnehmen so macht man sich arbeit wenn man keine mehr haben möchte so ist das ist mir auch nicht aufgefallen aber ich muss mir sagen wenn wir wachen dann eine richtige spur hat müsste eigentlich dritte maschine gewesen sein weil weil der gelbe war ja die letzte das heißt mal ganz kurz reinschauen könnte sein dass es klappt war das nicht ganz blöd anführungszeichen weil das einzig gute ist dass die sonnenblumen wir müssen mit denen noch eingreifen und nacharbeiten vor vor durchführen ist etwas blöd gekommen also die blöd und die nacharbeiten habe ich auch in den ne oder doch blauen gemacht das scheint aber überwiegend wegzugehen scheint da gehen wir hier mal rein das ist natürlich auch blöd in Anführungszeichen also hier kommt doch weiße Hemm der passt nicht ups mit Licht vielleicht ja nun kann man es auch nicht so gut erkennen ne ja gute Frage eigentlich macht das ganz gut weg hier vorne an kurz nacharbeiten Probieren wir mal einen Kurs, rechts nicht, damit er jetzt den Kurs macht, den er vorhin noch verkehrt gemacht hat. Wir scheiden noch zu funktionieren. Die Saat überschreiben auf Sonnenblumen. Von Gerst auf Sonnenblumen. Naja, gut. Blöd wäre es gewesen, wie es aussah, wenn es hier keins hätte. Da hätten wir nichts machen können. Die Ecke da ist ungewirzig. Das Blöde ist, wir können es ja nicht erkennen. Das ist ja das einzige Blöde. Aber alles komplett kuppen wollte ich auch nicht. Die Dünger läuft auch. Zumindest einmal. Ja, gut. Bisschen macht so nicht ein Problem sein. Sollte eigentlich weggehen. Sollte. Gut. Fahrradzeug zum Hof machen wir auch voll. Sollte. 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 Absylon型. Die letzte Maschine. Oder die vorletzte. Ja, die vorletzte. Im Prinzip nicht umgestellt. Schön heiß. Blöd gelaufen. Vollbremsung in die Eisen. IlmeOO smart wasen. und reparieren wenn wir auch die verluste gering zu halten und die arbeitsgeschwindigkeit einzuhalten das ist ganz gut wenn das maximal 100 prozent ist gleich gleich waschen die farbe erkennen gut ist ja rot ich hab mal umgeht man macht und dies gehabt wenn sie färger sind wir gehabt die haben die augen grünes gericht Das ist dann wohl oder weniger. Aber das ist ja nicht wohl. Bisschen lassen kann ich schauen. Ja, das passt schon so. Der Korb ist jetzt sauber. Ist ok. So, Reparatur war gesagt. Packen muss nicht. Ganz schön. Hey. Der Wichter habe auch nicht immer, aber da geht ja auch nicht. Aber das ist auch schon schwer beschädigt. Aber das kostet ja noch ein Teil davon. So sieht nicht mehr aus. Ich habe noch nicht die Birnen ausgetauscht. Schöne LED-Licht, das hier so lange halten sollte. Schaut, die hat mir nur einen Cent Beträge gekostet im Nachkauf. Und so eine durchige Energiefahrlampe kostet kein Rügen. Äh, nee, das soll auch mal sein. Sonst kann man ja, könnte jetzt etwas einsehen, theoretisch. Könnte man, aber will ich nicht. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob das hier fertig ist. Da wir schon mal da sind. Da wird er nach, passt. Hoffentlich klappt auch. Und da hat er noch. Er entdeckt sogar punktuell unkauelt, aber das ist mir jetzt im Grunde egal. Ah, da ist unser Camp. Da ist die kahle Felle. Das ist etwas hellere. Da geht weiter. Gewisse Flächen sollte man, äh, äh... Ein Ripp werde ich machen. Das ist besser. So, wird nicht reichen für das zweite Mal. Aber wir können hier theoretisch vom anderen was abkippen, ne? Da kann er hier stehen bleiben. Ja, so ist das, ne? Dacht man, so ein Blumen wäre fertig und dann hast du doch nicht alles fertig. Ich bin ja was gewohnt. Mit Gerste. Ay, ay. Und dabei noch bei der... Ja, genau. Bei der Aussage dann hier oben. Da kannst du die ganze Ernte vergessen. Das lassen wir stehen. Da wenn der andere nämlich fertig ist. Mit Dünger. Auf Feld Nr. 49. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich mal zusagen, ne? Bis auf die Stelle. Und hier muss er noch durchziehen. Naja. So, liebe Freunde, das soll's für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Würde euch freuen, über ein Like, über ein Abo. Und bleibt mal süß und winke, winke. Ciao, ciao. Bis denne. Ciao, ii. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte-Info. Hab ich doch schon aufgehört? Nö. Bis zum nächsten Mal.